Hallo zusammen, mein Name ist Holger Dachroth von der Contelos und ich möchte Ihnen heute den Avault Item Easy Start vorstellen. Das ist eine Vorkonfiguration für Avault. Das ist angereichert mit diversen Tools, die mitgebracht werden. Es ist ein Logic-Regelset vorhanden. Es ist ein angepasster Content-Center und auch die Möglichkeit hier mit eigenen Werkstoffen etc. das Ganze für das eigene Unternehmen einzurichten. Ich werde einfach mal starten und versuche so schrittweise Ihnen das ganze Konzept ein bisschen näher zu bringen. Wir haben hier zunächst den Benennungskatalog. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann gibt es hier ein Werkzeug, das ist der Property Manager. Mit diesem Property Manager haben wir die Möglichkeit so eine Datei, das ist ja offensichtlich eine Welle, als Welle zu bezeichnen. Aber Welle im Sinne von mehr bedeutet ja Wave und eine Welle im Sinne eines Drehteils ist ein Shaft. Und ein Shaft im Sinne von einem Wheel wird wiederum eine Achse im Sinne eines Drehteils sein. Was will ich deutlich machen? Dass man nicht so einfach eine 1 zu 1 Übersetzung hinbekommt, sondern dass man diese Klammerwerte braucht. Wir bieten das Ganze so an, dass es prinzipiell egal ist, mit wie vielen Sprachen wir das machen. Wir haben auch zuletzt Französisch umgesetzt. Und ja. Schauen wir uns das Ganze im Vault an. Wenn ich also im Vault eine solche Datei oder mehrere, wir sind also multiselectfähig, selektiere, dann habe ich hier ebenfalls die Möglichkeit auf diesen Benennungskatalog zuzugreifen. Im Übrigen ist dieser Benennungskatalog direkt im Vault beheimatet. Das steht direkt in den Eigenschaften drin. Wenn ich hier mehrere Dateien selektiere und über den Standardmechanismus, ja, das ist man ja, das liebt man ja innerhalb von Vault Professional, wenn ich da auch die Listenwerte zugreife und jetzt meinetwegen sage, dass das Ganze eine Fußplatte ist, dann haben wir uns ja daran gewöhnt, dass man das so Excel-like nach unten ziehen kann. Und wenn wir das tun, dann wäre es natürlich schön, wenn das Ganze auf Foodplate übersetzt werden würde, was er hier auch tut, ja. Also wir haben nicht die Standardmechanismen eingeschränkt, dass Sie irgendwas nicht dürfen, sondern wir haben das Ganze entsprechend ergänzt. Sie können bei neuen Dateien das Ganze direkt im Inventor machen. Sie können das Ganze natürlich auch erst später im Vault machen, dann, wenn es Ihnen zeitlich passt. Im Übrigen auch auf Office-Dokumenten beziehungsweise auch auf Artikel. Zum Thema der Benennung, ja, und die Benennung bezieht sich ja oftmals auf das Thema, dass ich übersetzte Schriftfelder haben möchte, ich möchte übersetzte Stücklisten haben. Der Cut-Translator wiederum hat einen anderen Ansatz. Hier werkelt auch eine Datenbank, aber in dieser Datenbank steht mehr so etwas drin wie alle Kanten gebrochen und dann die englische oder französische oder russische Übersetzung. Und wenn wir so eine Zeichnung behandeln, dann ist es wichtig, dass hier kein Schreibfehler drin ist. Deswegen gibt es eine Datenbank und die schreibt man dann rein, alle Kanten, ja, Enter, dann findet man alle Kanten gebrochen, diese vordefinierten Texte, klickt doppelt drauf und hat diesen Text in der Zwischenablage und den kann man dann hier einfügen. Und während der Freigabe wird über einen Jobprozess dann eben das englische Dokument produziert, in dem diese Texte ausgetauscht werden oder das französische oder das russische oder auch, was man auch immer an Sprache hier definieren möchte. Also der unterschiedliche Ansatz ist hier, dass hier die Zeichnung übersetzt werden soll. Die Feldfahrtbeziehung. Wenn wir in Unternehmen kommen und wir um Beratung gefragt werden, ist es häufig der Grund, dass es ein ziemliches Durcheinander gibt. Jeder liegt dort ab, wo er möchte, ja, Ordnerstrukturen sind wild entstanden, das ist sowohl auf Dateiebene der Fall, als auch wenn man meinetwegen mit einem Vault Basic unterwegs ist. Dafür haben wir, ja, Dinge eingebracht, wenn wir zum Beispiel hier unter der Planung uns ein neues Projekt anlegen und dort über das Kontextmenü, meinetwegen mit Create Folder, ja, eine projektspezifische Ordnerstruktur anlegen. Das wird immer ähnlich sein, ja, aber sich unterhalb eines Projektes befinden. Auf diese Struktur können wir jetzt, wenn wir neue Dateien erzeugen, mit dem Property Manager direkt zugreifen. Ja, also das war ja eben noch nicht da und dann kann man hier auf diese verschiedenen Level, das ist ein Angebot werden soll, zugreifen. Die zweite Möglichkeit hier unter Konstruktion, das ist ein konfigurierter Fahrt, das heißt, diese Ordner existieren nicht. Das sind die zentralen Dateien, die immer wieder verwendet werden sollen. Sie sollen wieder gefunden werden aufgrund ihrer Klassifizierung, ja, und das ist halt hier Konstruktion, Maschinen, Reinigungseinheit, etc. Ich muss diese Klassifizierung nicht direkt bei der Erzeugung machen. Ich kann das. Und wenn ich das nicht getan habe, dann kann ich später im Volt, ja, ich habe hier gerade so einen Getriebemotor, diesen als einen, ja, Kaufteil klassifizieren, es ist ein Antrieb, er ist elektrisch und man kann sich gut vorstellen, dass gerade die Merkmale, die hier kommen, ja, dass die halt nur erschienen sind, weil es sich hier eben um eine elektrische Komponente handelt. Die sind abhängig. Man sieht dieses Symbol, das heißt, die Datei ist bereits verschoben worden, die liegt da gar nicht mehr, die hat ihren Ort gewechselt. Auch hier bin ich multiselectfähig, das heißt, ich kann mehrere Komponenten anwählen und kann dann eben für alle gleichzeitig den entsprechenden Feldpfad ausführen. Ein sehr wichtiger Aspekt für mich ist an dieser Stelle, dass ich meistens die Dateien in meinem persönlichen Ordner ablege. Hier sieht man jetzt nochmal über Gehe zu Ordner, wie oder wo diese Datei jetzt wirklich abgelegt wurde und wie sich dieser Pfad aufgebaut hat. Ja, wie gesagt, mein Weg an dieser Stelle ist, dass ich das Ganze in meinem persönlichen Ordner erst konstruiere und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich mir sicher bin, dass ich da was ordentliches abgeliefert habe, dann definiere ich den Feldpfad und teilweise auch dann erst den Benennungskatalog. Wir kommen zum Thema der Datei- oder Artikelfreie. Wir haben in unseren Projekten viele Diskussionen darüber geführt, wie so ein Lebenszyklus ablaufen muss, aber eigentlich ist er immer gleich. Es gibt manche Unternehmen, die sagen, sie legen was an und dann geben sie es direkt frei, andere wollen eine Prüfung haben. Und so haben wir hier in dem World Item Easy Start einen leicht zu konfigurierenden Lebenszyklus gemacht. Das geht darüber, dass wir eine rechte Kaskadierung mit entsprechenden Gruppen eingerichtet haben. Wir können also wirklich mit Medienmausklicks dafür sorgen, dass diese Prüfung abgeschaltet oder eingeschaltet wird. Alles, was man hier hinnehmen muss, ist, dass die Namensvergabe wie angelegt, freigegeben, dass die halt vorgegeben ist. Wie funktioniert das Ganze? Ein User erzeugt sich ein Dokument, das ist angelegt und irgendwann sollte er mit seinen zwei Augen überprüfen, ob er das richtig gemacht hat. Wenn das so ist, dann kann er den Statuswechsel ausführen, seine Informationen werden eingetragen in die Zeichnung. Und eine zweite Person sollte jetzt nochmal prüfen, ob diese Dokumente wirklich richtig sind oder die beliebten Schreibfehler vielleicht vorhanden sind. Wir prüfen an dieser Stelle ab, dass diese zwei Personen nicht identisch sind. Das führt zu einer Qualitätsverbesserung. Da das 2 und 2 Augen gleich 4 Augen, deswegen sprechen wir hier auch von einem 4-Augen-Prinzip, was wir hier realisieren. In dem Moment, wenn die Daten freigegeben sind, werden neutrale erzeugt, wie zum Beispiel PDF, Step, vielleicht eine DXF von der Abblickung, das ist frei konfigurierbar. Wenn nun eine Änderung oder eine kleine Änderung eingeleitet werden soll, um diese berühmten Schreibfehler zu beheben, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, wobei das eine gewisse Unterwanderung von diesem Prozess darstellt. Normalerweise schalten wir das gerne direkt ab und wenn es eine Änderung gibt, dann wird eine richtige Revision über diesen Wui-Weg hier oben eingeleitet, wieder über 2 und 4 Augen freigegeben, nach denen die Änderung vonstatten gegangen ist und ein neues Dokument wird gestapelt, im World oder auch extern erzeugt. Des Weiteren haben wir natürlich die Möglichkeit, etwas auf inaktiv zu setzen, das heißt, wenn irgendwelche Komponenten nicht mehr verwendet werden sollen, aber auch die sollten ihren Weg über eine erneute Revisionierung wieder zurück in den normalen Lebenszyklus, in die Freigabe finden können, wenn es notwendig ist. Wir schauen uns mal an, ein paar Funktionalitäten, zum Beispiel Bleche als unbearbeitete Halbzeuge direkt in Baugruppen mit Zuschnittslisten. Das ist ein recht großes Thema, was wir an dieser Stelle haben, deswegen werde ich wahrscheinlich das Video so ein bisschen verkürzen und einen Tick vorspulen. Ich erzeug mir jetzt erstmal hier einen Flansch, um den geht es nicht so vorwiegend in diesem Beispiel, aber so ein Kanal braucht halt so einen Flansch, da machen wir eine längebreite Höhe, da haben wir ein bisschen Lochmuster drin, ein bisschen Funktionalität, sowas kann man sich schön als Vorlage-Datei ablegen. Den Benennungskatalog haben wir bereits kennengelernt, ja, und was gebe ich da an? Das ist ein Flansch, ja, ein Flanschanschluss, habe ich gesagt. Und wie gesagt, dadurch, dass wir das tun, ist in den Stücklisten gleich der entsprechend richtige Eintrag. Dadurch, dass wir hier den Feldfahrt machen, ist die Datei sofort an der richtigen Stelle abgelegt. Aber ich gebe zu, der Fokus, den ich persönlich hier habe, der ist sehr, sehr stark auf dem Stücklisten-Thema. Hier kommt jetzt gleich ein Befehl für Laserzuschnitt, was auch eine Auswirkung auf die Stückliste hat, aber das werde ich später nochmal ein bisschen genauer erklären. Das hat ein bisschen was mit der Stücklisten-Struktur zu tun, die Abfrage. Und eben gerade war es die Frage, er hat nachgeguckt, was für Bleche wir im Content-Center zur Verfügung haben, was für Halbzeugnummern es gibt und hat diese jetzt entsprechend zugewiesen. Jetzt haben wir hier eine kleine Vorlage-Datei genommen. Da sind schon für Länge und Breite diese beiden Häkchen auf der rechten Seite gesetzt. Das heißt, wir können hier die Größe verändern. Und der Fokus, den wir hier haben, ist das Problem einiger Unternehmen, dass sie solche Bleche, ja, wirklich Länge mal Breite häufig verwenden in Konstruktionen und man will dort keine Zeichnung für erzeugen. Man hat eben gerade gesehen, dass diese Properties geschrieben worden sind durch die Häkchen. Selbstverständlich hätte man in die Vorlage-Datei auch diese Dinge, wie zum Beispiel die Benennung, schon einfügen können, sodass man sich hier ein bisschen Klickarbeit an der Stelle spart. So, und hier unten sagen wir nochmal Plattenhype durchsuchen. Das heißt, das ist die Zuweisung, der Content-Center wird durchsucht. Und in dem Moment, wenn ich hier dabei jetzt nicht so viel Auswahl, einen anderen Werkstoff anwählen würde, dann würde er auch automatisch hier den Werkstoff ändern. Er hat sich jetzt die Artikelnummern aus dem Content-Center übernommen. Und wir bauen das Ganze mal zusammen. Was sehr wichtig ist, ist, dass ich hier keine besonderen Tätigkeiten gemacht habe. Es waren zwei Mausklicks, die ich benutzt habe, um hier jeweils das Halbzeug zuzuweisen. Der Rest waren normale Tätigkeiten. So, jetzt verbauen wir das Ganze mal mit den Verbindungen. Ich mache immer gerne Werbung für so etwas, dass das so schön smart und schnell geht. Das kann ich wirklich nur empfehlen, da mal zu überdenken, dass man ständig normale Abhängigkeiten nimmt. So, jetzt haben wir einmal SimSolar BIM und die Baugruppe ist fertig. Und starten in die Zeichnungsableitung, weil wir da nämlich an der Stelle das erste Mal so etwas wie eine Stüppliste sehen können. Die Konstruktion, da sind wir uns ja, denke ich mal, sehr einig, dass die jetzt nicht besonders aufwendig ist. Aber es ist halt die Frage, ob die Stüpplisten passen. Und wenn wir hier in die Stile gucken, dann liefern wir hier zum Beispiel einen Stil für eine Zuschnittsliste mit. Und diese Zuschnittsliste mit den Resten der Properties abzustimmen, das ist schon nicht so einfach. Und wenn man hier jetzt sieht, ich habe mehrere Positionen, bestehen alle aus dem gleichen Halbzeug. Die Einheit war Länge mal breiter. Und die Größe war über diese Stückliste beschrieben. Dann sagen wir nochmal an der Stelle hier, komm, das ist der Feldpfad für die Zeichnung. Und ich gucke mal, wie weit ich bin. Dann können wir noch ein paar Artikelnummern vergeben. Ich mache das jetzt mal an dieser Stelle einen Ticken schneller. Kommt auch eine zweite Stückliste, damit man den Vergleich hier mal ziehen kann. Also die nur-teile-Stückliste sieht fast ähnlich aus. Und wir befinden uns in Vault. Wenn ich in der Art die Baugruppe aufbaue, also wie gesagt, eigentlich nur den FIS benutzen und nicht viel anderes tun, und ich sage Artikel aktualisieren, dann sehe ich hier in dieser Stückliste, dass ich diese beiden verschiedenen Flansche habe, die jeweils aus warmgeweiztem Blech bestehen. Und ansonsten sind das nur hier die Bleche, die dann über Länge breiter beschrieben sind. Das ist das tiefere Ziel. Man will aber jetzt, dadurch, dass man das so beschreiben will, natürlich nicht den Rest seiner Stücklisten, also normale Konstruktionen. Die sollen ja auch noch funktionieren. Wir gucken uns mal an, gekantetes Blech mit Laserzuschnitt und aufbereiteter Kontur. Wenn ich so ein Bauteil habe, dann ist der typische Fall, dass wenn ich eine Abwicklung davon erzeuge, dass diese großen Kreise der Senkung wahrscheinlich von demjenigen am Laser geschnappt werden, dass der mal ziemlich große Löcher durchballert und ich es nicht mehr verwenden kann. Das ist ein Nachteil. Deswegen haben wir uns dazu mal Gedanken gemacht und das hier integriert. Und zwar haben wir hier unten, wir können hier iLogic-Befehle einbinden, direkt in diese Maske. Man muss die nicht großartig suchen. So habe ich zum Beispiel hier mal was gemacht, um die Stärke zu verändern. Das ist bei Blechteilen, glaube ich, eine ganz nette Sache. Aber viel wichtiger ist das Thema Artikel für Laser, Plasma oder Wasserstrahlzuschnitt. Ich sage Laserschneiden intern. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass ich in meiner Firma eine Laseranlage besitze. Und hier sage ich jetzt, welches Blech ich dafür verwenden möchte. Aufgrund dessen haben sich eben gerade die Werte in diesem Property Manager gefüllt. Hier ist eine Datei entstanden, die war eben gerade im Browser, wo diese Phasen entfernt sind. Und wenn ich diese Datei jetzt in Vault einchecke und in Vault aktualisiere, also viel getan habe ich ja jetzt eigentlich nicht, was Stücklistentechnik betrifft, dann entsteht hier aufgrund der iLogic-Regeln, die wir haben, aufgrund dieses Befehls Laserzuschnitt, eine dreistufige Stückliste. Der Winkeladapter besteht aus dem Konturzuschnitt und der wiederum aus einem warmgewalzten Blech. Und natürlich sind in dieser Stückliste die Werte, die hier hinterliegt, sind so angepasst, dass es, ich sage jetzt mal, ein Flachstrahl wird natürlich auf Länge erzeugt und ein Blech ist Länge mal breit. Wir kommen zu den Normteilen aus dem Content Center. Wir bieten hier Routinen an, die basiert auf Excel-Tabellen ist möglich machen, dass wir die verschiedenen Werkstoffe hier benutzen können. Wir führen die Festigkeitslasse getrennt zum Werkstoff und wir führen die Oberfläche getrennt zum Werkstoff in Properties. Warum zeige ich das hier? Die Funktion Auto-Drop, das Ziehen an den Inhaltscenter-Komponenten, führt ja dazu, dass eine andere Datei von dort genommen wird, sprich auch eine andere Artikelnummer genommen wird. Und das ist schon wahnsinnig effektiv, wenn man so etwas erzeugen will. Diese Schrauben ziehen sich dann auch die nächste freie Artikelnummer aus dem Board, in dem Moment, sobald sie gebraucht werden. Da kann man sicherlich sehr viel drüber sprechen, ob das die ganzen Generatoren sind, die wir hier einsetzen, Frame-Generator, Schraubenverbindungsgenerator. Wir unterstützen das komplett, weil wir den Content Center komplett unterstützen. Und hier nochmal so ein bisschen Hinweis, wie man da arbeiten kann. Die Schrauben, die wir hier haben, 7380, die Strich 1, die ist im Standard vorhanden, die Strich 2, mit diesem Flansch haben wir hinzugefügt, also zum Beispiel für so etwas hier, wie solche Profile, doch häufiger mal verwendet wird. Und dann zeige ich hier auch nochmal die Geometriegleicherkennung. Das ist ja keine Anordnung, die in diesen Teilen drin ist. Ich zupfe das nochmal zurecht. Und wie gesagt, eigentlich alles mit dem Hintergrund, wir passen den Content Center an. Und der ist halt so wichtig für die Stücklisten, weil wir so eine hohe Anzahl von Bauteilen, von Artikeln kaufen und wiederverwenden. Deswegen muss das gut und schnell funktionieren. Profile mit dem Gestellgenerator, mit Zuschnittliste und Bearbeitungszeichen. Zugehabe. Meine Skelett-Datei. Und zugegebenerweise habe ich hier etwas gewählt, was, wenn man es von Hand aufbauen würde, so ein Geländer, dann würde das ziemlich viel Zeit kosten. Was man hier nicht sieht, ist, oder ist die Fragestellung, dass wir über diesen Befehl Skelett-Datei anpassen, wird die Bemaßung gesteuert. Es wird auch die Oberfläche gesteuert, dass, wenn man so einen Klotz hat, dass dann gleich eine hellgraue Farbe erhält. Und wie gesagt, natürlich auch die stücklisten Struktur von dieser Skelett-Datei. So, wenn man das gute Stück jetzt einfach mal hier in eine Baugruppe einbauen, ich mache das immer sehr gerne so, wie direkt im Drop. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mit dem Gestellgenerator hier Profile anzuwählen. In der Skizzenauswahl haben wir erst die äußeren. Und dann machen wir die inneren Komponenten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man so eine Baugruppe jetzt von Hand zusammenbauen würde, mit diesen vielen unterschiedlichen Flachstellen, da muss man sagen, hat man keine Chance, zeitlich da irgendwie einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Und deswegen ist es uns so furchtbar wichtig, dass wir mit dem Vault-Item Easy Start, auch was die Stücklisten betrifft, den Frame-Generator total unterstützen. Ich zeige jetzt hier gerade nochmal, da müsste er eigentlich nochmal die Länge stutzen. Das können wir natürlich tun. Und jetzt möchte ich noch eine Bearbeitung hier einbringen. Der Inventor bietet ja die Möglichkeit, wenn wir hier Komponenten haben, dass wir die wiederverwenden können. Dann nehme ich jetzt hier mal diesen Flachstall, und baue den auf der anderen Seite ein. Warum tue ich das? Ich möchte da gerne ein paar Halterungen dran anbringen. Also schießen wir nochmal ein paar Löcher rein. Wenn ich da eine Skizze drauflege, dann mache ich das gerne, dass ich lieber eine horizontale Linie zeichne, oder zwei horizontale Linien, als aufwendig Punkte zu setzen, um diese dann auszurichten. Achso, es sind sogar drei übrigen vertikale Linien. Und dann haben wir halt die Möglichkeit zu sagen, hier kommen wir mal die Punkte, den ersten, den zweiten, und gehe nach oben. Und dann haben wir auch schon die Bohrungen drin. Natürlich sollten wir von dieser Datei, Kontextmenü, neue Zeichnung machen, Bohrungen rein machen. Und das hat jetzt durch die Erstellung, hat es halt den Flachstahl bekommen. Und wir sagen dem guten Stück jetzt hier, Mensch, du bist, ich weiß es nicht, ein Geländerbauteil. Im Moment steht oben noch die Halbzeugartikelnummer drin. In dem Moment, wenn wir speichern, dann wird er seine eigene Artikelnummer annehmen. Wir erkennen also, ob ein Flachstahl bearbeitet ist, oder ob er nicht bearbeitet ist. Ja, das sieht man halt nachher in der Stückliste. So, wenn wir jetzt hier nach dieser Tätigkeit die Stückliste auf der Zeichnung absetzen, dann nehmen wir auch wieder die Zuschnittliste. Im Übrigen ist aus meiner Sicht die Zuschnittliste, die einzige Stückliste, die etwas auf einer Zeichnung zu suchen hat. So, muss man vielleicht noch mal ein bisschen nachziehen. Und das ist ja im Endeffekt das, was der Kollege an der Säge haben will. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass wir in diesem Zusammenhang auch die entsprechenden Sägezuschläge berücksichtigen. Das heißt, man kann auf jede Datei draufgehen und kann dort eben angeben, was für einen Zuschlag man an Länge an dieser Stelle haben möchte. So, jetzt kommt auch noch mal zum Vergleich hier die zweite Stückliste. Ist nicht so unterschiedlich. Dann tun wir das Ganze einmal speichern und in Vault einschicken. Wenn wir uns in Vault befinden und wir gehen auf diese Baugruppe und ich sage Artikel zuweisen, dann haben wir hier ein ähnliches Verhältnis wie vorhin. Ich muss mal eben kurz stoppen hier, dass man das sieht. Wir sehen hier zwei Stück von den Geländerbauteilen. Und die bestehen jeweils aus 480 mm Flachmaterial. Das gleiche Flachmaterial, was hier unten bei diesen ganzen Einzelprofilen ist. Und dann habe ich mich, wie ich das zum ersten Mal gemacht habe, gefragt, wer ist er denn hier, dieses eine Stück? Ja, 1231 mm, das ist das gebogene Bauteil. Auch eine Bearbeitung. Wenn man dann hier auf nur Bauteile klickt, dann wird man feststellen, dass er diese Werte auch zusammenfasst. Das ist das, wie es im Endeffekt im ERP-System aussieht. 5118 mm von dem einen und 3391 von dem anderen. Das ist der Grund, warum der Inventor auch im Standard hier immer mit, also für die Profile, immer mit Längenangaben arbeitet. Wir gucken mal auf Halbzeugerkennung für Dreh- und Frästeile. Wenn wir hier zum Beispiel so ein rechteckiges Bauteil haben und wir den Property Manager draufgehen, dann hat der keinerlei Halbzeuginformationen. Der ist ja frei konstruiert. Aber ich kann hier mit dem Flach- und Vierkantfinder draufgehen, der durchsucht den Content Center nach passenden Halbzeugen und trägt mir diese Information ein. Hier sieht man auch nochmal Halbzeuglänge, Halbzeugbreite, die Zuschläge. Wenn ich das für dieses runde Teil mache, dann gibt es auch so etwas wie einen Rundstabfinder. Da habe ich im Übrigen in einer neueren Version noch eine Abfrage drin für die Größe. Man kann ja theoretisch ein 30er Bauteil auch aus dem 100er drehen, macht nur keiner. Da frage ich nochmal Toleranz ab. Dann wird diese Liste natürlich deutlich kleiner. Ich habe mich hier für ein Halbzeug mit Edelstahl entschieden. Und in dem Moment, wenn ich das tue, dann ändert sich natürlich auch das Material. Und als dritte Variante haben wir natürlich die Möglichkeit, so ein Bauteil auch aus einer Blechplatte zu fertigen. Das ist natürlich dann kein Blech im Sinne von einem gekanteten Bauteil. Deswegen habe ich es hier als Platten bezeichnet. Auch hier ist die Liste der zur Verfügung stehenden Halbzeuge im jetzigen World Atom Easy Start wesentlich größer. Wenn ich diese Baugruppe hier nehme, dann kann ich hier sehen, welche Werte ich geändert habe. Und natürlich habe ich alle weiteren Bauteile ebenfalls mit diesen Befehlen hier behandelt. Wenn wir diese Baugruppe einchecken und uns dann im Vault die Artikel dazu erzeugen, man kann das auch rechts sehen, dass hier noch kein Artikel für vorhanden ist. Wenn wir mal Artikel zuweisen, dann durchläuft er ja alle Komponenten, die er hat und erzeugt dafür die entsprechenden Artikel. Und wenn wir das Ganze jetzt hier einfach mal erweitern, dann sehen wir zum Beispiel dieses Stück Kugelgelenk mit den 87 mm Rundstab oder aber die Klemmbacke, die aus dem Flachstahl besteht. Hier unten haben wir noch ein Beispiel. Das sind die beiden Winkel zur Halterung. Die bestehen aus dem gleichen Halbzeug 75-50-8. Hier auch. Haben halt nur eine unterschiedliche Länge. Und wie in dem anderen Beispiel eben auch, wenn wir dann hier auf die Summenliste gehen, dann werden die halt in der dritten Zeile mit 182 mm zusammengefasst. Kommen wir zum Thema Plot Management. Wir sind mit dem Vault-Item Easy Start bestrebt, möglichst viele Dateien klassifiziert abzulegen, um so einen hohen Grad an Wiederverwendung zu bekommen. Wenn man aber die Problematik hat, dass man für seinen Kunden zum Beispiel Auftragsnummer oder Projektnummer, Kommissionsnummer, was auch immer, auf den Zeichnungen zu hinterlegen, dann sind diese ja nicht mehr allgemeingültig. Diesem Problem haben wir uns mit dem Plot Management, Plot Assembly gewidmet. Wenn wir Plot Assembly auf einer Baugruppe ausführen, also auf einem Hauptprojekt, dann haben wir erstmal hier eine schön konfigurierbare Ansicht, wo wir die entsprechenden Eigenschaften hinterlegen können oder auch die Formate, die wir erzeugen wollen im Plot. Natürlich ist das vorkonfigurierbar. Ich zeige es hier eigentlich nur, um es zeigen zu können. Dann holen wir hier nochmal DWG rein und DXF und Step wahrscheinlich. Dann kann ich an dieser Stelle ja schon mal den linken unteren Bereich erklären. Da haben wir sowas wie Vorlagen definiert. Ich bin ja prinzipiell in der Lage, diese einzelnen Klicks hier zu machen, für welche Datei ich was haben möchte. Aber diese Vorlage, Step von allen Bauteilen oder Step All, die sprechen natürlich für sich. Und ich habe dann auch so etwas wie, ich glaube, der kommt gleich, der Lieferant Schlosserei Flach, der will keine DXF haben. Und sein Konkurrent, der Lieferant Blech Schlosserei Kante, der mag keine DWGs. Und so kann man halt das ein bisschen steuern. Hier zeige ich, wie wir aufgrund einer Tabelle, die wir haben, diese Informationen hier während des Druckvorgangs in die PDFs oder in die ausgedruckten Dokumente hineinschreiben. Das bedeutet, dass zwar auf der Zeichnung in der Werkstatt diese Information vorhanden ist, aber in unserem Datenbestand, wo die Daten klassifiziert in einem Verzeichnis sind, dort sind diese Informationen nicht vorhanden. Und wie gesagt, man ist ausdruckt, das macht ja durchaus Sinn, aber im nächsten Projekt sollte das natürlich nicht drinstehen. Deswegen schreiben wir das sozusagen temporär in den Druck oder ins PDF. Einen letzten Punkt habe ich noch, und zwar das Thema Nummernsysteme. Sie waren notwendig, als Zeichnungen auf einem Transparent gezeichnet wurden. Sie waren notwendig, als Zeichnungen auf Ordnerebene verwaltet wurden. Sie waren noch notwendig, als man keine Eigenschaften im Modellbom nutzen konnte. Was meine ich damit mit Nummernsystemen? Ich fange an mit drei Buchstaben, Strich, irgendeine Zahl, die was bedeutet. Heute sind sie aufwendig, vor allen Dingen, wenn sie mehrere haben. Zeichnungsnummer, Modellnummer, Artikelnummer, Modifikationsnummer, ich weiß nicht, was es noch alles geben kann. Je weniger Nummernsysteme eine Firma hat, umso besser. Am besten ist, Artikelnummer ist gleich Dateiname, gleich Modell, gleich Zeichnungsnummer, alles eine Nummer. Die Artikelnummer sollte acht Stellen nummerisch sein, durch Nummerngenerator erzeugt. Am besten bekommen wir einen getrennten Nummernkreis. damit wir nicht mit dem ERP-System kollidieren. Die Dateinamen der Normteile bilden eine Ausnahme. Das ist nämlich ein zusammengesetzter Ausdruck, was jetzt nicht heißt, dass die Artikelnummer ein zusammengesetzter Ausdruck ist. Da haben wir auch einen Mechanismus geschaffen, dass der sich einfach eine solche neue Nummer aus dem Roll zieht, und zwar in dem Moment, wenn die erste Schraube verwendet wurde. Alle die, die nicht verwendet wurden, die Größen, die nicht verwendet werden, die ziehen sich ja nichts. Mit diesen Worten möchte ich schließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und bedanke mich